Oh, ne Minigun! Hier kommt der runter! Der ist vorhin bei dir! Hast du genug? Wir gucken, wann der Mate kommt. Spiel jetzt Minigun! Ah, ich brauch richtig viel kleine Muni denn! Lass uns hoch! Ich hab noch nicht gelootet hier, ich freue mich! Achso! Kann man, ich hab hier was probieren! Oh, ein Bogen! Geil! Nice! Hier sind Schinkbomben! Ich hab 6 Nails! Und der Minigun ist dabei! Ich hab irgendwo noch mehr Granaten getroppt, glaube ich, im ersten Raum oder so? Oh, ich gucke sofort! Weiß ich, irgendwo hab ich welche getroppt, ich weiß mehr wo! Ich glaub, hier hab ich gerade welche getroppt, genau, hier! Hier, den Granaten! Ich brauch Schot-Mugition, ich hab auch wenig! Ah, ich meine, hab ich wenig Muni, die sehe ich gerade! Okay, wir müssen Richtung Zone! Ich hab auch keinen Recurl-Gleiter, sehe ich gerade! Hm, nice! Ich hab einen! Da hinten Wooto gelootet im Haus! Das wird ja die Wesensehne im Gops-Unsgang! Das wird ja die Wesensehne im Gops-Unsgang! Hm... Das ist nochmal eins, schnell zum Vulkan! Vielleicht kann ich noch ein paar Mets mitnehmen! Vielleicht kann ich noch ein paar Mets mitnehmen! Wie der Fock da steht, ne? Ja, aber ich geh runter und meine V-Mets schnell! Lagerfeuer ist nämlich auch noch mit! Wieso kommt der Idiot dann zu uns? Dann schau, dass er hier hingeht, ey! Verwiss! Dann schau, dass er hier noch kurz durch! Der war ja, der hat aber nicht mitgenommen! Okay! Vielleicht dachte er, er schafft er uns kurz zu holen, oder so! Vielleicht hat er nicht mit mir gerechnet! Dann schau, dass er nicht mitnehmen kann! Lass ich Minis liegen, oder nehme ich einen Schlöftank? Ich habe einen Schlöftank mit! Die Minis doch schon liegen, als Gegner für mich! Oh, die Zone kommt schon! Und dann los! Ich kann hier nur runter! Nur hier runterrutschen! Hast du den Gleiter mitgenommen? Nee! Ich habe jetzt drei Minis! Zehn Granaten! Wenn die jetzt die Granaten nachher da sind, kann ich! Ich baue mich hier rüber zum G6! Ja! Wieso bin ich gleich mit dem Gleiter geflogen? Bin ich behindert? Ja, ich bin ja richtig behindert, ey! Ich hätte das noch schaffen können, ohne in Planation zu werden! Oh, Team 2 sind das, die... Die haben auch da halt schon gebaut wie die... größten... Weltmeistern! Kämpfen so ja noch, so wie es aussieht! Ah, die schießen doch nicht! Die kämpfen doch nicht! Okay, wohin jetzt? Nö, wir sind so richtig lastig! Rechts, und hier war ja... Demals habe ich nicht mehr laufen sehen! Mit dem Haus da! Bin mir nicht sicher, aber ich habe, glaube ich, was laufen sehen! Kurz! Da kommt noch wer runter! Rechts zu mir! Ja! Ja! Ich glaube, ich verarschen halt! Ich habe ihn sonst mal gekocht! Der tut mich einmal durch mich tot, oder was? Ich will mich da echt verarschen, ey! Hast du Minis? Der kommt noch mal runter! Ja! Na, da sind wir wieder! Ja, da sind wir wieder! Habe ich zwei 4 mehr, aber scheiße! Das war halt echt voll die Farge, ich hab ihn dreimal getroffen und der macht einen Schluss und ich bin direkt tot, oder was? Sind die da jetzt noch? Hä? Wollen wir mal runter gehen, vielleicht liegt da noch Luke für uns Ich muss gleich sagen, dieser Modus macht mir überhaupt keinen Spaß Ah, nehm ich gleich noch ein paar Nades mit Nummer 3 Ich hoffe nicht, dass du vielleicht auch in Trap bleibst hier Ah, die sind alle schon in Zone, ja Geh Bei dir, oder? Da Dahinten meinte ich, da drinne Leider voll auf ne Tür drauf Ja, ich schieße mich nicht gleichzeitig Wo ist der? Ah Da ist noch einer Wurde von deiner Granate noch gekillt, ey Ne Und die Zone kommt, jetzt müssen wir aber schnell machen Wir haben 52 Punkte, wir sind nicht Dritter Ich hab keinen Jump hier, das ist kacke, da kommt nur wer runter gerade Wo ist er, wo ist er, wo ist er Ich seh den nicht, Billy, ich seh den nicht in der Zone Du musst weg, aber ich sterbe, du bist in der Zone, ne? Ich schieße aber Blitz da rein Komm weg da, komm weg da, Billy Ich sterbe eh Obwohl ich könnte es noch, wenn ich ein Lagerfeuer kurz place Ich habe jetzt zwei bei mir, aber ich muss das nicht in die Zone Wir sind dritter Platz, oh Oh fuck, ich schieße ihn auf mich, die Wichser Von oben Ja, ich bin gefickt, Billy, ne? Das mache ich jetzt Ja, ich auch Er hat keinen Aim Ah, ich schlafe noch rein Wie viel Leben Ich habe ein Lagerfeuer, aber ich kann die hier nicht benutzen Ich muss nicht in die Zone irgendwie rein Das ist so bomb wie ich Warte, ich lock den bitte, ja Okay, komm her Und komm runter zu uns Ja, jetzt wenigstens was machen können, dass ich mit Lagerfeuer ausgesen kann Jetzt Ich glaube, ich ziehe drei Stück Ich glaube, das müsste gehen, oder? Ja, das geht Mach zu, mach zu, mach zu Ich habe noch einen Mini, hast du noch einen Mini? Nein, nicht mehr Aber ich habe nur eine Falle Ich gehe jetzt aber weiter Bei uns ist ein Erd-Loot-Drop, den wir immer kommen Ich habe keine Mets mehr Was kotzt mich hier an? Ich habe auch, ich hole was Oh, ein Krieg gebaut Schließt die auf dich? Ist das hier jemand da? Nee, ich wollte den Luthorpoin wissen, wo das ist Über dir direkt Komm runter Komm runter Ja, ich wollte gerade die Hütte, Alter, beim reinlaufen, Alter Oh, jetzt sind wir schon auf unsere Kruppskammer Ich habe die Zahlen, ne? Da ist es auch einer Ich habe schon gesagt, ich möchte jetzt hier was mitnehmen, was geht Warte, ich muss noch den Mini nehmen Soll ich die Schack, ich nehme die Schack, ich nehme die Schack, ich nehme die Schack, ich nehme die Schack mit, oder? Trink jetzt auch was von beiden Ich habe das, glaube ich gesagt, ich muss jetzt es trinken Ne, mir ist noch den Bigi damit Ich weiß nicht, ob die Mini, oder? 10 Nails Ich nehme die, ich nehme die, ich habe die mitgenommen Oh fuck, lauf, lauf, lauf Ich habe einen Jumpt Stell auf, wenn du kannst, aber auf dem Boden, dann müsstest du dich direkt aufstellen, weil Oh fuck, jetzt liegt nicht gerade bei mir rein Komm her Das ist Die Mainz ist links von uns Direkt hier, oder? Ja, ja, hier, komm mal auf dem Mini Map Die rennen da vorne rum Und ich habe kaum noch Metz Alter, den Ivalg Da vorne rennt er rum Ah, der hat mich mit dem Bogen gehittet Ah, kommt ruhig Alter, der Bogen schon wieder verpackt, D Alter, der Bogen schon wieder verpackt, D Und ein Gegner Ich habe keine Metz mehr Ausgenockt Ich habe keine Metz mehr gekriegt Ich habe keine Metz mehr gekriegt Ich schmeiße jetzt Nails rein Die haben Raketenwerfer, gibt's doch Ja, und der Bogen hat sich damit getroffen Ich verpiss mich, ne, also ich lauf hier unten lang gerade Komm mal weg da, Bily, komm weg da Komm runter da Bily Lass mich in den Rücken schießen, Alter Lass mich in den Rücken schießen, Alter Wird es so kommen können, wie ich da Ich war gelaufen, wir werden einfach in den Berg runter Ja, das müsste gerade bauen Okay Ja, das ist drin Hat mich getroffen, Alter Bin ich denn? Cool, ist der Wer ist tot? Ah, er hat mich, ein Raketenwerfer Ich sehe mich, ja Wir holen so eine mit Raketenwerfer, Alter Aber, den holen wir Der, jetzt rechnen wir uns Wo ist der? Ach, keine Minis, das ist schon mal der Kacke Komm, ich trotz, geht jetzt drück runter und tool den Die unten, die unten Da kommt er Ich hab deinen Meldt hart getroffen Nein, er hat mich, nice Wo ist dein Meldt? Wo ist dein Meldt? Wir sind Erster, das sind wir Hieb mich hoch War nicht so viel Alter, es sieht schon wie, das riecht jetzt schon aus Und jetzt müssen wir gegen Team 2 und 3 kämpfen, wenn wir das schaffen, haben wir dann Nun, Dings Ey, Chris, wir müssen das jetzt schaffen Digga Go, wo, wo, wo Down Komplett down, ich hab den Raketenwerfer, Chris Okay, sauber, sauber, sauber Na fuck, die Zone Na fuck, die Zone Scheiße, auf die Minigun Von, von Fuck Ich habe keine Match mehr von denen Die sind wie Platz 1, ne? Die sind wie Platz 1, ne? Die sind wie vor uns, ich lass Was? Wo, schnell Dings trinken, Minis? Wir müssen die abfahren Oh ja, fuck Ich muss ein Melds fahren, das ist das Problem Oh fuck, ich muss jetzt kurz nach Fenster zu machen Okay Okay Chris, wie viel mehr Zastus, ich hab 70 Ich war 100 nur Dings Was? Nur Drop Ich trinke schnell die Chak-Chak 7-3 kommt, wir geben einmal ein bisschen Cover Hier kommt runter, einer Die links von uns Einer hab ich gejagt gerade mit Zittenbogen Der andere sinkt wohl links von uns Scheiße, ich muss den töten, damit ich ihn wegkriege Sonst, den könnte man jetzt nach oben und rushen Die haben wir auf den Bogen Links nur und 17, weil ich das ja auch nicht von der Seite holt Vielleicht, pass auf Kümmer dich um den Wir sind nur noch Platz 2 Scheiße Ich muss jetzt Team 1 davon rein Ja, der läuft noch nicht alleine dahin Das war's damit Da hinten ist Team 1 Hütten den Hab ihn, ich brauche es genutzt Lass, wir sind hinten Ja? Hey! Der hat nur zwölf mit, das war ich Team 1 Das war ich Team 1 Nein, wo ist Team 1? Da vorne Kümmer dich um den Da vorneuer mit Team 1 Ich schaue ihn Ich schaue ihn Der hat nur noch Das Gary Ich schaue ihn Ich schaue ihn Ich schaue ihn